Jamal Musiala hat einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben. Seinen ersten Profi-Vertrag. Der deutsche Rekordmeister und das Top-Talent einigten sich auf eine Zusammenarbeit bis 2026. Nach Sport1-Informationen wird Musiala bis zu 5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich meinen ersten Profi-Vertrag bei Bayern unterschrieben habe. Ich fühle mich hier im Verein mit der Mannschaft einfach unglaublich wohl. Ich spiele mit den besten Spielern der Welt zusammen und darf jeden Tag im Training von ihnen lernen, erklärte Musiala in einer Pressemitteilung. Musiala, der vergangene Woche seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, lief bisher 27 Mal für die Profis auf und erzielte dabei vier Treffer. Beim 4-1-Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League bei Lazio Rom vergangene Woche wurde er zum jüngsten Torschützen des FC Bayern in diesem Wettbewerb. Werder Bremen hat die Planungen für den kommenden Transfersommer aufgenommen. Einem Bericht der BILD zufolge zeigen die Bremer Interesse an Mittelfeldspieler Abdou Haroui von Sparta Rotterdam. Auch der 23-jährige Mittelfeldspieler kann sich einen Transfer an die Weser demnach vorstellen. Problematisch sei allerdings die Ablösevorstellung des niederländischen Erstligisten. Demnach möchte Sparta zwischen 5 und 6 Millionen für Haroui. Für eine solche Summe müssten die Bremer aber wohl erst Spieler verkaufen. Es geht um sicherzustands Heiter hant opinion das sind zu, dass sie die Frage herausfinden. Und das Mal festhalten wird